happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei badog gamble ich spiele heute free fire mix heute ist freitag deswegen free fire mix und ja ich bin aber betroyal raked und danach cs viel spaß die erste runde betroyal geht los don't even think about running away sweetie welcome to my playground ready for a jolt now wir gehen ins portal rein Hadeboot Ich hab die Job meins voll Oh, jetzt kommt man da rein. Oh, jetzt kommt man da rein. Oh, man kann nur eine nehmen. Schade, ich dachte man könnte auch mehr nehmen. Oh, jetzt kommt man da rein. So, ich darf meine Waffen nicht wechseln, also habe ich Waffen, die ich nicht so gern haben möchte. So, ich brauche mal meine Hexer ein bisschen auftauchen. Oh, es ist schon wieder aufgefallen? Oh, man! Oh, das ist schon gut. Oh, das ist schon gut. Alsig. Oh. 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 Oh, es ist zugegeben? Ja. So, einmal Munition holen Quadra-Kill! So... Wattra? Ah! Was für das? So ein Mist. Mensch! Okay. Schick geht's. Geht's weiter mit CS. Ich glaube, ich hoffe, das wird besser. Bis gleich. Okay, CS geht los. Ein kleiner Zap. Ich versuche, es wird scheitern. Ich werde sicher, dass der Yagami-Name aufhört. Okay, bitte, Leute. Oh, ja. Schick. 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 Das war's für heute. Was ist der Sturm? Ja, aber er hat einen Spam zu mir. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe ihn zu verletzelt. Ich habe ihn zu verletzelt. Ich habe ihn zu verletzelt. du weißt du du weißt du du weißt du du weißt du ich weiß im da ich finde ich ich finde ich ich finde ich da ist es Das ist der Toad, ein Screamer, ein Loser! Es gibt diese Ressource, oder? Ich wollte Dinks! First Blood Thanks Double Kill Triple Kill Yeah, I have one Kill No, I don't have one There are resources Thanks There are resources Thanks Thanks I got it, thanks I got it, thanks I got it Double Kill Double Kill No 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 dann würde ich mal sagen das war es für heute ich sage Dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video seid, bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao Ciao Ciao